Hallo und herzlich willkommen. Wir stehen heute Abend vorm Siegkarree. Heute startet die zweite Vor-99ers-Party hier in Siegen. Was gibt's für euch denn hier Gutes zu essen? Das ist Maispoladenbrust auf, ich weiß gar nicht, Süßkartoffelpüree und Spargel. Das hört sich ja richtig gut an, sieht auch richtig gut aus. So, Herr Bürgermeister Helmut, Sie sind heute Abend auch mit dabei, hier auf der Vor-99ers-Party. Haben Sie grad diniert, wie hat's Ihnen geschmeckt? Es war ein fantastisches Essen, sehr gut, wie das von Potzimex sich anders zu erwarten war. Wunderbar, sind Sie hier öfter Gast im Hause? Hier im Hause war ich das letzte Mal heute Mittag. Oh, na, dann scheinen Sie ja Stammgast zu sein. Und Sie werden später auch noch auf die richtige Veranstaltung, auf die Party gehen und ein bisschen Party machen mit Ihren Freunden, ein bisschen feiern? Selbstverständlich, dafür sind wir da. Ja, wunderbar. Sie sehen auch schon alle ganz feierwürdig aus, da will ich Sie nicht noch länger aufhalten. Dann wünsche ich Ihnen später ganz viel Spaß und lassen Sie es richtig krachen. Werden wir machen, Dankeschön. Wenn wir mal creatureschen zum Beispiel – gute Ruhe. Untertitelung. BR 2018 So ihr beiden, ihr seid jetzt hier draußen. Wie gefällt es euch bisher? Ganz gut. Das Publikum, was sagt ihr zum Publikum? Super geil. Wunderbar, die Musik ist ja auch ordentlich. Habt ihr ordentlich getanzt? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Seid ihr zum ersten Mal heute hier? Nein, zum dritten Mal. Ah, zum dritten Mal. Okay, und ihr kommt selbst aus Sieben? Ja, aus Sieben. Okay, das freut euch ja sicher, wenn mal hier intern auch mal eine Party stattfindet, oder? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar, dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Und tanzt noch ordentlich. Ja. So, neben mir haben wir einen der Veranstalter stehen, den Markus. Wie gefällt es Ihnen? Bist ihr heute Abend ein bisschen zufrieden? Ja, haben wir Veranstaltungen mal wieder. 499 wird ja hier im Ruf gerecht. Absoluter Hammer. Menschenmassen am Rocken ohne Hände. Geil. Ich muss auch sagen, es ist echt super Stimmung hier. Die Leute haben einen Riesenspaß. Alle sind gut drauf am Feiern. Dann werdet ihr nochmal eine neue Party starten. Am 10.10. sind wir wieder da. Also Leute, ihr hört, am 10.10. ist die nächste Party. Kommt alle. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr wird ordentlich gerockt. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend. Ja, Rock on. Ich wünsche euch noch viel Spaß.